So, jetzt sind wir hier auch im Part 3 von Tomb Raider, beziehungsweise vom tibetischen Hochland, um es genau zu treffen, weil Tomb Raider sind wir jetzt schon ein paar Level voran. Hier haben wir unseren Silver Surfer. Da ist unser Silver Surfer auch vom Board gefallen. Das Ding brauchen wir nämlich jetzt. Verdammt, können wir schießen. Mal abgesehen davon, dass die Kiste klappert ohne Ende, weichern wir hier nochmal. Wir müssen nämlich jetzt hier rüberfahren. Ja, sonst wären wir nämlich runtergefallen. Ich weiß nicht, ob es hier wieder lang geht. Erste. Zweite. ähm, ja man hat die Moos gesehen oh da ist sogar einer in die falsche Richtung äh, lag daran äh, wie ich ja mal letztens gesagt hatte hab ich gewechselt auf Streamlips OBS ich hab jetzt wieder zurück gewechselt hab einfach vergessen, bei der Szene das wieder auszustellen was auch passiert gibt Schlimmeres oh, oh steig auf geht nämlich so ein bisschen einfacher oi ähm, können sie nicht können wir jetzt hier in unserem abermobil durchfahren oh oh, wie ist das denn? hier rüber wo auch das gemeistert was der weiter äh, ist kalt ungemäht die beiden Typen packen wir das Ding mal hier schieben den Stein wieder rein noch und noch werden nämlich auch schon lassen aber die zwei haben natürlich gegen die Maschinenpistole vom Teil hier keine Chance müssen jetzt nochmal speichern weil ich glaube ich nämlich die Befürchtung habe dass ich die nicht schaffen werde ok da habe ich die Befürchtung hier kommen wir noch oh der ist tot kann man nämlich jetzt hier rüber und das war auch der Teil haben wir das Level jetzt fertig und ich hoffe wir sehen uns dann bei dem neuen wir sehen uns dann bei dem wir sehen uns dann bei dem